In diesem Video würde ich gerne mit dir über die Frage sprechen, wie man denn eigentlich ein profitables Dropshipping-Produkt bzw. eine profitable Dropshipping-Idee generiert. Und ich möchte mit dir hier in diesem Video mal ganz praktisch vorgehen. Ich möchte dir gleich ein Dropshipping-Produkt vorstellen, nämlich einen kleinen Astronauten, einen kleinen USB-Astronauten. Ich werde dir Schritt für Schritt zeigen, wie ich profitable Ideen generiere und ob diese Idee nun hier mit zum Beispiel so einem kleinen Astronauten denn überhaupt sinnvoll ist. Aber kommen wir mal zuallererst zum grundlegenden Prozess. Welche Dinge sollte man beachten, wenn man eine profitable Dropshipping-Idee generieren möchte? Zuallererst mal brauchen wir natürlich ein interessantes Produkt. Gerade im Bereich Dropshipping ist es immer sinnvoll, ein Produkt zu haben, für das sich Leute wirklich interessieren. Wenn das Produkt zu herkömmlich ist, kann es manchmal ein wenig schwer sein mit dem Marketing, weil herkömmliche Produkte oft schon in vielen Dropshipping-Stores angeboten werden. Da ist auch zum Beispiel die Konkurrenz über Google meist sehr stark und sowas lässt sich nicht gut über Influencer-Marketing promoten und auch oft nicht über Paid-Advertising mit Ausnahme hier vielleicht von Google AdWords. Also da muss man immer so ein bisschen schauen, originelle Produkte, die Leute vielleicht noch nicht kennen, wo es noch nicht besonders viele Shops zugibt. Das könnte immer ganz interessant sein, in solch eine Nische reinzugehen, mit solchen Produkten zu arbeiten. Aber das soll wie gesagt nicht der Hauptfaktor sein. Du kannst auch ein sehr langweiliges Produkt nehmen. Zum Beispiel Leute sind Millionäre mit Kabelbindern, auch übrigens Kabelbinder-Dropshipping geworden. Es gibt aber auch viele Leute, die zum Beispiel mit interessanten Produkten nicht Millionär geworden sind. Das soll also nicht hier eine pauschale Aussage sein, aber ich sage dir schon mal so viel. Es ist natürlich ganz schön, wenn man ein Produkt hat, das irgendwie interessant ist, weil man es dann zum Beispiel gut über Influencer promoten kann oder zum Beispiel Facebook-Werbeanzeigen oder auch gerne andere Wege. Was genau macht denn überhaupt ein interessantes Produkt aus? Es muss ein USP geben, es muss ein Unique Selling Point geben. Es muss anders sein als die Produkte, die man bisher kennt und vor allen Dingen muss es vielleicht auch so ein bisschen den Wow-Effekt haben. Es muss einfach die Leute ansprechen, es muss etwas sein, das man vorher vielleicht noch nicht gesehen hat. Beispielsweise, und das ist nun dieses Produkt, über das ich mit euch sprechen möchte, habe ich hier einen kleinen Astronauten und dieser Astronaut leuchtet praktisch, wenn man ihn in einen Computer reinsteckt. Wir haben hier einen USB-Anschluss, das heißt wir stecken diesen Astronauten in unseren USB-Port rein und dieser Astronaut wird dann praktisch leuchten. Und was man damit macht, ist folgendes, man hat einfach diesen Astronauten, man steckt den in den Computer rein und dann kann man mit diesem Astronauten auf zum Beispiel die Tastatur scheinen und damit ist dann praktisch die Tastatur ersichtlich. Gerade wenn es zum Beispiel jetzt dunkel ist bei dir und sagen wir mal, deine Tastatur hat bisher keine Beleuchtung dran, dann kann natürlich so ein Astronaut hier schon einen Unterschied machen und die Tastatur beleuchten. Das wie gesagt ist die Aufgabe von diesem Astronauten, natürlich kannst du auch gerne viele andere Dinge hier mit diesem Astronauten machen, kannst daraus irgendwie eine kleine Lampe machen oder was auch immer, weil das Licht ist ziemlich stark. Es handelt sich hierbei um eine LED-Leuchte, die hier drin sitzt und wir können jederzeit auch diese LED-Leuchte schließen, indem wir dieses kleine Visier, sag ich jetzt mal, hier nach vorne schieben und wir können halt diese Leuchte aktivieren, indem wir das Visier ganz nach hinten schieben. Hier hinten befindet sich dann ein kleiner Schalter, wenn praktisch dieser Schalter durch dieses Visier hier reingedrückt wird, wird das Licht angehen, sobald ich wie gesagt diesen Astronauten in meinen Computer reingesteckt habe und ab dann scheint wie gesagt das Licht. Die Frage ist jetzt natürlich, ist denn das ein interessantes Produkt? Hat es einen Unique Selling Point? Ja. Hat es einen Sinn? Ja. Ist es ein Produkt, das die Leute bisher kennen? Ich würde nicht unbedingt sagen, dass es ein Produkt ist, das viele Leute kennen, vor allen Dingen nicht in der Form, wie es hier angeboten wird. Sicherlich eine LED, das wissen wir alles, was das ist, wir wissen auch alle, was eine Lampe ist, bloß haben wir schon mal eine Astronautenlampe gesehen? Höchstwahrscheinlich nicht, vielleicht einige von euch werden sagen, ja, ich hatte es vorher noch nicht gesehen. Ich habe, wie gesagt, dieses Produkt einfach mal hier bestellt, um euch das hier in diesem Kurs zu präsentieren. Wir werden weiterhin in diesem Kurs über dieses Produkt sprechen. Es ist ein Produkt, das, das kann ich schon mal vorne wegnehmen, nicht perfekt ist, definitiv nicht das perfekte Dropshipping-Produkt ist. Es ist aber ein sehr gutes Beispiel für ein Produkt, das viele Leute wahrscheinlich dropshippen würden. Und ich möchte wirklich an diesem Produkt mal erklären, wie man es profitabel machen könnte und wie man es nicht profitabel macht. Und ich denke, wie gesagt, dieses Produkt ist schön in der Mitte. Nämlich, es kann ein Produkt sein, das wirklich profitabel ist, es kann aber auch ein Produkt sein, das überhaupt nicht profitabel ist. Dann der zweite Punkt ist natürlich die hohe Margin. Ich kann dir schon mal Folgendes verraten, dieses Produkt hier kaufe ich ein für 2,18 Dollar, das sind ziemlich genau 2 Euro. Die Frage ist nun natürlich, für wie viel Geld verkaufen wir es? Viele Dropshipper werden gerade mal eine Margin von vielleicht 30, 40 Prozent haben. Was bedeutet, dass wir zum Beispiel ein 2 Euro Produkt für zum Beispiel 2,60 Euro anbieten oder vielleicht für 2,80 oder 3 Euro oder was auch immer. Das sind nicht besonders hohe Margin. Zum Beispiel in meinem Fall, ich wäre da relativ aggressiv, was das Ganze angeht und würde einen viel, viel höheren Preis werden. Zum Beispiel sowas wie 12,99, 14,99 oder was auch immer. Natürlich könnte man sich jetzt fragen, ist es denn dieses Produkt hier wert? Ist dieses Produkt hier 12,99 bzw. 14,99 wert? Und meine Antwort darauf wäre, höchstwahrscheinlich nein. Höchstwahrscheinlich nein. Und da kommen wir schon zum nächsten Problem. Nämlich wenn zum Beispiel ein Produkt keine hohe Margin hat, dann könnte man ja denken, na gut, das macht mir dann nicht so viel Geld pro Verkauf. Aber wenn ich halt genug das Produkt oder oft genug das Produkt verkaufe, dann müsste es mir irgendwann mal Geld machen. Beziehungsweise wird dann eine Summe Geld machen, die auch ganz anständig ist. Und diese Denkweise ist nicht ganz korrekt. Nämlich, wir müssen natürlich uns überlegen, wie viel Geld haben wir denn zur Verfügung, um tatsächlich eine Person davon zu überzeugen, dieses Produkt zu kaufen. Nehmen wir zum Beispiel mal an, wir bieten nun dieses Produkt hier in unserem Dropshipping-Store an. Und wir promoten dieses Produkt via Facebook-Werbeanzeigen. Was genau macht das? Naja, ganz klar, wir haben dann ein Produkt, das in einer Facebook-Werbeanzeige angeboten wird. Dieses Produkt ist ziemlich günstig. Wir kaufen es einem für 2 Euro, verkaufen es aber auch schon, sagen wir mal, für 10 Euro. Das heißt, unser Margin liegt gerade mal bei 8 Euro. Das heißt, wir haben 8 Euro, um eine Person davon zu überzeugen, dieses Produkt hier zu kaufen. Wenn also zum Beispiel unser Margin weit geringer sein würde, sagen wir mal bei 30% oder sowas, das wären ja gerade mal 2,60 Euro, also 60 Cent, würden wir dann pro Verkauf machen. Dann hätten wir ja tatsächlich auch nur 60 Cent, um eine Person davon zu überzeugen, dieses Produkt hier zu kaufen. Ist das eine sinnvolle Strategie, mit so einer kleinen Margin zu operieren von 60 Cent? Nein, keinesfalls. Die meisten Formen des Paid Advertisings werden es dir nicht erlauben, bei einer 60 Cent Margin tatsächlich einen Profit zu machen. Höchst unwahrscheinlich. Wenn du vielleicht 8 Euro Margin hast, da würde ich schon wieder sagen, joa, da kommt man so langsam in den Bereich rein, wo man sagt, das lohnt sich. Das könnte sich tatsächlich lohnen. Das heißt, indem du ein Produkt einfach ein bisschen teurer machst, kannst du hier schon mal zumindest das Risiko minimieren, mit diesem Produkt kein Geld zu machen. Der wichtige Faktor hier ist aber nun der folgende. Wie teuer machen wir nun das Produkt? Wird dieses Produkt so teuer sein, dass die Leute es nicht mehr kaufen wollen? Oder wird das Produkt vielleicht nicht teuer genug sein, sodass wir keinen Profit erwirtschaften? Genau deswegen sage ich halt immer, suche dir eher Produkte, die eine höhere Margin haben. Nicht vielleicht von 8 Euro, sondern vielleicht von 20 Euro, von 30 Euro, von 40 Euro, weil du damit natürlich dann auch viel mehr Geld hast, um Leute tatsächlich dazu zu bringen, dieses Produkt zu kaufen. Nehmen wir zum Beispiel mal an, du hast jetzt einen 20, 30 Euro Margin, würde das ja bedeuten, dass du 20, 30 Euro in zum Beispiel Facebook Werbe zeigen oder Google AdWords ausgeben kannst, um eine Person dazu zu bringen, dein Produkt zu kaufen. Das, wie gesagt, ist ein Riesenvorteil. Das heißt, hohe Margins sind immer gut, geringe Margins können schnell problematisch werden. Dann der dritte Punkt ist mehrere Zielgruppen und ich glaube, da haben wir hier zum Beispiel ein sehr interessantes Objekt. Nämlich dieses kleine Produkt hier, dieser kleine Astronaut, der behandelt natürlich mehrere Arten von Zielgruppen. Nämlich einmal haben wir die Zielgruppe Leute, die an, sag ich jetzt mal, Weltraum interessiert sind und natürlich haben wir auch die Zielgruppe, die vielleicht Computer-Nerds sind, Computer-Geeks sind und gerne sowas haben wollen. Und natürlich haben wir damit zwei Zielgruppen geschaffen. Warum genau sage ich das Ganze? Aus folgendem Grund. Nämlich, da wir ja zwei Zielgruppen haben, können wir auch viel einfacher Targeting vornehmen. Wir können also viel einfacher zum Beispiel eine Facebook-Werbeanzeige erstellen und können ja dann in dieser Facebook-Werbeanzeige sagen, wir wollen Leute, die interessiert sind an IT und wir wollen Leute, die an zum Beispiel Weltraum interessiert sind. Diese Leute waren wir targetieren, weil wir glauben, dass durch dieses Design hier Leute vielleicht daran interessiert sind, solch ein Produkt zu kaufen, weil sie diese spezifischen Interessen haben. Das, wie gesagt, ist so ein weiterer Faktor, den ich persönlich im Hinterkopf behalten würde. Wenn du mehrere Zielgruppen mit deinem Produkt erreichen kannst, super. Dann ist, wie gesagt, die Zielgruppe noch definierter. Wenn du zum Beispiel ein Produkt hast, wo man halt einen Design hat, das nur ganz, ganz klar einer einzigen Zielgruppe zugeordnet werden kann. Dann, wie gesagt, ist das auch nicht schlecht, aber wenn du mehrere Zielgruppen targetieren kannst, dann ist das schon gut. Dann vierter Punkt, nicht problematisch zu liefern. Und was ich damit genau meine, ist folgendes. Nämlich, es gibt natürlich einige Produkte, wie zum Beispiel dieses hier, das zum Thema Elektronik ist. Nämlich, elektronische Produkte sind immer ein Problem. Du brauchst bestimmte Zertifikate bzw. Zertifizierungen für deine Produkte. Und man darf nicht vergessen, dass natürlich hier immer ein bisschen Risiko dabei ist. Nehmen wir zum Beispiel an, wir haben nun dieses Produkt hier und aus irgendeinem Grund, bei dem gehe ich nicht davon aus, aber bei anderen Produkten, wenn man das in den Computer reinsteckt, das Ding fängt an zu brennen. Und das Haus fackelt zum Beispiel von der Person ab. Dann hast du ein riesen Problem. Genau deswegen sage ich immer, importiere bzw. exportiere nur Produkte, wo du dir wirklich sicher bist, dass da wenig Risiko mit verbunden ist. Da auch gerne mal zum Beispiel einen Anwalt fragen. Einfach fragen, wie hoch schätzen sie das Risiko ein? Welche Dokumente brauche ich dafür? Ist es denn überhaupt erlaubt, dieses Produkt einzuführen? Und so weiter und so fort. Und sobald du das geklärt hast, dann würde ich erst starten, meinen Dropshipping-Store zu bauen. Wenn du es aber noch nicht geklärt hast, dann würde ich vor allen Dingen nicht den Dropshipping-Store bauen. Sonst natürlich, mein persönlicher Tipp hier an dich ist der folgende. Importiere auch bitte keine Produkte. Und dazu werden wir nochmal ein extra Video hier in diesem Kurs haben, die zum Beispiel scharf sind. So was wie Messer oder Pizzaschneider oder was auch immer. Da kann man immer schnell in Teufelsküche kommen. Auch keine Produkte, die irgendwie Kinder in den Mund nehmen könnten oder was auch immer. Also zum Beispiel jetzt Kinderspielzeug oder so. Weil gerade halt dort, wo wir her importieren aus China praktisch, da sind halt einfach die Standards nicht so wie bei uns. Und ich meine, ich habe viele Jahre in China gelebt, ich weiß, wovon ich spreche. Die Standards sind nicht wie bei uns. Da kann es gut mal sein, dass halt einfach irgendwelche Giftstoffe, die nicht in der Europäischen Union erlaubt sind, in praktisch diesen Produkten drin sind. Und da kann man schnell in Teufelsküche geraten. Nur als Vorwarnung, bitte nochmal einen Anwalt fragen. Und dann kommen wir aber zum fünften Punkt und dieser heißt Lieferbar in Land X. Nämlich die Frage ist natürlich, kann denn überhaupt dein Supplier irgendwo in Asien, halt in China, kann dieser Supplier überhaupt an dich dein Produkt verschicken? Weil nicht vergessen, wir operieren ja auf der Plattform AliExpress. Das ist eine chinesische Plattform. Und da es ja eine chinesische Plattform ist, müssen wir auch erstmal erfragen, können wir denn überhaupt Produkte aus China zum Beispiel nach Deutschland importieren? Können wir Produkte aus China zum Beispiel in die USA schicken? Können wir Produkte aus China nach Italien schicken? Und so weiter und so fort. Und da gibt es ein wirklich interessantes Tool, mit dem man das Ganze feststellen kann. Und über dieses Tool würde ich jetzt gerne mit dir sprechen. Dieses Tool nennt sich AliPacket. Ich würde dich zuallererst bitten, mal auf Google zu gehen oder andere Suchmaschinen und einfach mal einzugeben AliPacket. Nämlich AliPacket ist eine Chrome Extension, die ich sehr empfehlen kann, die übrigens auch kostenfrei ist. Und damit kannst du halt schauen, welche Produkte via ePacket zu exportieren sind. Also ePacket ist, und das schon mal vorne weggenommen, eigentlich die schnellste Möglichkeit, über AliExpress deine Produkte in bestimmte Länder zu verschiffen. ePacket ist die schnellste Möglichkeit. Genau deswegen ziehen wir diese Möglichkeit vor. Wenn wir zum Beispiel jetzt andere Möglichkeiten des Versandes wählen würden, dann kann es extrem lange dauern, bis ein Produkt irgendwann mal bei dir ankommt. Und das ePacket oder die ePacket-Variante-Option, denke ich mal, ist hier die beste. Genau deswegen schlage ich AliPacket vorne. Und mit AliPacket, und wir können hier mal draufklicken, können wir folgendes tun. Wir können mit AliPacket sehen, in welche Länder denn überhaupt dieses Produkt exportiert werden kann. Du klickst hier oben zuallererst mal auf Add to Chrome. Und sobald du das machst, können wir jetzt hier diese Erweiterung hinzufügen. Du brauchst also praktisch einen Chrome-Browser, um diese Application, diese Chrome-Extension haben zu können. Wir klicken jetzt hier auf Erweiterung hinzufügen. Jetzt sehen wir hier schon, AliPacket wurde zu Chrome hin zugefügt. Und jetzt können wir folgendes machen. Jetzt können wir zum Beispiel auf AliExpress gehen. Und ich habe jetzt einfach mal mein Produkt hier eingeben, nämlich Astronaut USB. Ihr werdet immer folgendes sehen, ich werde ganz, ganz oft hier in meinen Kosen einige Fotos geblurrt haben. Weil, wie gesagt, man muss immer mit dem Urheberrecht ein bisschen aufpassen. Genau deswegen habe ich jetzt hier einige Fotos nicht angezeigt. Nicht wundern, wenn hier einige Sachen vielleicht etwas verschwommen sind. Ich möchte dann bloß mich einfach absichern. Aber wie auch immer. Wir laden jetzt mal hier diese Seite neu. Und jetzt sehen wir, wie gesagt, hier diese Produkte. Und dann können wir schon folgendes sehen, nämlich dass wir jetzt hier oben so einen kleinen grünen Balken haben. Und was dieser grüne Balken aussagt, ist folgendes. Nämlich, er sagt uns, okay, wir können dieses Produkt für 1,74 in die USA exportieren von China aus. Und was wir jetzt machen können, und das ist das wirklich Spannende. Wir können hier oben in die rechte obere Ecke auf AliPacket gehen. Und dann haben wir hier alle möglichen Länder, die wir eintragen können. Und dann können wir schauen, ob wir unser Produkt denn überhaupt in diese Länder exportieren können. Zum Beispiel, nehmen wir mal an, ich habe jetzt hier dieses Produkt und ich würde es gerne in die USA, nach England verschiffen, vielleicht noch nach Frankreich, nach Deutschland und möglicherweise nach Hongkong noch. Das sind die Länder, die ich jetzt mal so targetieren möchte. Nehmen wir vielleicht noch ein weiteres. Nehmen wir mal irgendwas vielleicht in Afrika. Vielleicht haben wir da irgendwie ein schönes Beispiel. Gibt es noch ein afrikanisches Land? Die afrikanischen Länder sind es gerade hier noch nicht dabei. Nehmen wir mal vielleicht, was können wir nehmen? Vielleicht Israel. So, nehmen wir mal Israel. Und jetzt laden wir das Ganze neu. Und jetzt können wir schon sehen, aha, diese Produkte werden immer noch für die USA angezeigt. Wir müssen es, glaube ich, einmal kurz hier updaten. Genau, wir müssen es einmal nochmal schnell eintragen und dann updaten. So, tragen wir nochmal kurz ein paar Länder ein. Israel und was haben wir noch gesagt? Sagen wir nochmal Singapur. Und dann klicken wir auf Save. So, jetzt ist das Ganze gespeichert worden. Und jetzt können wir nochmal die Seite hier neu laden und können dann sehen, wohin dieses Produkt denn eigentlich verschifft wird. So, jetzt können wir hier also folgendes sehen. Nämlich dieses Produkt wird zum Beispiel in alle sieben Länder verschifft, die wir ausgewählt haben. Nämlich die Vereinigten Staaten, Großbritannien, Kanada, Frankreich, Deutschland, Israel und Singapur. Dann das zweite Produkt kann nicht nach Kanada verschifft werden. Das dritte Produkt kann wieder an alle Leute oder an alle Länder verschifft werden. Und dann das vierte kann tatsächlich nur in die Vereinigten Staaten verschifft werden und in keins der anderen Länder. Und ich finde, das ist doch schon ziemlich bezeichnend. Das heißt, wir haben nun hier ein Tool gefunden, mit dem es möglich ist, herauszufinden, wohin denn eigentlich unsere Produkte verschifft werden können. Wenn wir jetzt uns zum Beispiel sagen, gut, wir wollen ein Produkt nach Deutschland schicken, aber wir sehen, es kann nicht nach Deutschland via ePacket verschickt werden. Na gut, dann nehmen wir uns halt ein anderes Produkt. Aber dieses Tool gibt dir halt die Möglichkeit herauszufinden, ob denn tatsächlich nun das Produkt nach Deutschland verschifft wird. Oder zum Beispiel nach Frankreich, nach Singapur und so weiter und so fort. Und du kannst es natürlich mit jedem anderen Land machen, das hier eingetragen ist. Von Estland, über Ungarn bis hin zu Litauen, Luxemburg, Niederlande, Neuseeland, Portugal, Südkorea, Spanien und so weiter und so fort. Wir können das Ganze nochmal kurz speichern, refreshen die Seite nochmal neu. Und dann sehen wir bereits, okay, dieses Produkt kann halt zum Beispiel hier nur in elf Länder von 13 verschifft werden, dann 10 aus 13, 11 aus 13 und hier werden nur 1 aus 13. Aber gut, das war es dann nun hier für dieses Tutorial. Wir haben uns nun angeschaut, wie man ein profitables Dropshipping-Produkt findet. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und ich hoffe, dass wir uns gleich im nächsten Video wiedersehen können.